So, ich zeige euch den Wash 511, den Moog 10, den Slinger und ja, ich drehe das Video jetzt ein zweites Mal. Beim ersten Mal war das schon alles fertig, aber die Speierkarte ist weg. Keine Ahnung, irgendwie ist das Video weg. Jetzt mache ich das nochmal beim Schickwetter und ein bisschen lauter Geräusche. Und ja, ich hoffe das klappt vielleicht jetzt mal. Also, als erstes als ich den Rucksack bekommen habe, als ich den gefüllt habe und angefasst habe, war top. Also von der Haftage her und so, alles von der Qualität ist alles gut, kann man nicht meckern, alles top. Aber ich habe gleich verglichen mit meinem Rucksack von Normani, der nur 30 Euro kostet, 34 Euro. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, den kann ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Den Link zum Video. Und ja, erst was mir aufgefallen ist, ist, der ist nicht fest. Also, bei meinen anderen habe ich ja noch diesen Extragurt, der hier lang geht. Das kann man bei dem wahrscheinlich auch nachrüsten oder keine Ahnung wie, aber ja, das nervt halt, dass er halt ein bisschen baumelt. Und dann, wenn er halt ein bisschen mehr beladen ist, dass dann die Schnalle, obwohl sie dahinter gepolstert ist, die Schnalle, drückt die mal ein aufs Brustbein. Und ich habe einen komischen Körper, das weiß ich nicht. Naja. So, auf jeden Fall, ja, hier sind zwei, vier, sechs Molle Schlaufen. Dann kann man dieses überrestliche Benzel, was hier immer noch rumbaumeln. Wenn man halt einen dünnen Körper hat, kann man das hier in diesen Gummistrip rein klemmen. Vom Tragen ist er angenehm. Aber, ähm, ich kann euch das ja mal zeigen. Der ist gerade. Bei meinen anderen ist er ergonomischer geformt. Ich kann euch das aber eben zeigen. Moment. So, da ist er wieder. Also, das ist der Rush. Da ist der Gurt gerade. Und bei meinen ist er halt für mich ergonomischer. Aber den kann man nur auf links tragen. Der Rucksack. Wo man den Watch auf beiden Seiten tragen kann. Das heißt, er hat hier eine Flosse für links tragen. Und dann kann man hier noch auf der anderen Seite die andere Flosse rausholen. Das heißt, man kann ihn dann auf links oder rechts tragen. Na, wo ist er da? So, das ist schon mal ein Vorteil. Ja. Und mein von Normani. Was ich eben schon sagte, also finde ich persönlich besser, dass er halt noch hier hinten hat er noch einen Gurt, um ihn hier zu fixieren. Und dann kann er nicht mehr so weg wie der andere. Aber das ist halt, glaube ich, Geschmackssache. Und wie gesagt, der Gurt, der ist halt ein bisschen ergonomischer geformt. Dann schnürt er nicht so am Hals rein. Aber bei dem kann ich dann wieder auf der Seite tragen. Oh, ich trage ihn auf der anderen Seite. Das ist bei dem Wurscht. Oh, ich trage ihn lieber auf links. So, denn was mir noch aufgefallen ist, was ich nicht so gut finde bei dem ist, wenn ich den nach vorne ziehe, dann sind die Taschen nicht so ausgelegt, dass ich so zugreifen kann. Also man kann die zwar auch seitwärts aufmachen, aber die gehen halt bis komplett auf. So. Und wenn ihr mal sieht, hier drinnen die Taschen, die sind nicht so aufgereiht, dass ich von oben gut zugreifen kann. Das heißt, es wird alles nur rumklödern da drin. Das ist bei dem hier besser. Wenn ich den nach vorne ziehe, dann habe ich hier... Na? Wo ist er denn? Achso. Dann habe ich hier noch einen Gurt, einen Griff. Und dann kann ich von hier oben direkt zugreifen. Also der ist besser ausgerichtet, finde ich jetzt für den schnellen Zugriff. Genau wie hier die Seitentaschen oder das Hauptfach. Und das ist bei dem halt nicht so der Fall. So. Dann zeige ich euch die mal genauer. Die Taschen und alles. Ich fange von außen mal an. Oder dazu müsst ihr mal wieder einmal runterkommen. Hallo? Mal runter. So. Das ist jetzt der Rucksack von vorne. Fangen wir mit der Fronttasche an. Hier auch wieder ganz viele Molleschlaufen. Hier oben Klettflausch. Kann man die auch weit öffnen, die Tasche. Dann haben wir im vorderen Bereich zwei große Taschen. Dann haben wir hier zwei kleine Taschen. Hier noch eine große. Hier noch eine große. Hier noch eine kleinere. Hier eine Tasche. Hier eine Tasche, die mit dem Restverschluss verschließbar ist. Dann haben wir hier noch so eine, ja auch kleine Karabiner. Auf beiden Seiten. Also die Tasche. Dann haben wir dahinter noch. Das mache ich auf. Dann habe ich hier ein großes Fach. Auch mit Klettflausch drin. Ich weiß gar nicht wozu das immer da ist. Aber wird bestimmt Sinn haben. So. Dann haben wir hier oben noch einen kleinen Reißverschluss. Mit einer kleinen Tasche. Da passt ein Handy rein oder halt eine Sonnenbrille. Die ist dann mit Vlies so eine Art ausgelegt. Das heißt, ja. Irgendwas reinpacken, was dann nicht zerkratzen soll. Dann haben wir hier im Schultergurt. Da haben wir noch so eine Art kleinen Pausch. Da hatte ich auch meine erste Hilfe drin. Auch mit so einem Gummistrip. Kann auch verschlossen werden. Dann das Rückenteil ist gut gepolstert. Also angenehm zu tragen. Stört nicht oder drückt nirgendwo. Kann man auch wieder weit öffnen. Und da drin ist dann Platz für eine Trinkblase. Ich habe da meine Faltisomatte drinnen von der Bundeswehr. Oder ein Stück davon zum Sitzen. Dann nehmen wir oben noch den Ein- oder Ausgang für den Schlauch der Trinkblase. Also das Fach ist auch relativ groß. Also breit. Ganz angenehm. Dann hier oben auch wieder für den Trinkschlauch ein Ausgang. Dann haben wir an den Seiten Kompressionsriemen. Einmal auf der Seite. Einmal auf der Seite. Auch wieder die restlichen oder das restliche Gurtmaterial kann dann auch wieder hier gesichert werden mit so einem Gummistrip. Unten haben wir wie beim Expedition haben wir dann auch wieder so ein Kompressionsriemen. Und mit so einem Abflussrohr. Denn bei dem Gurtmaterial kann man auch wieder sichern mit so einem Gummistrip. Das wäre es von den Taschen her. Also die Qualität ist gut. Also man kann nicht meckern. Das ist auf jeden Fall schön festes Material. Der Rucksack ist nicht zu schwer für die Größe. Und das ist auf jeden Fall, da kann man nicht drüber meckern. Ja, würde ich sagen kommen wir zum Abschluss. Er ist gut. Für mich ja ungeeignet. Also ich bleib da lieber bei meinem Rucksack. Es ist halt so eine günstige Version, nicht billig Version, sondern so eine günstige Version von dem Expedition. Den Link kann ich euch unten auch nochmal reinpacken in die Videobeschreibung. Ich bin mit dem einfach zufriedener. Allein vom Tragen her finde ich den angenehmer. Und halt vom Zugriff, was ich bei dem halt nicht habe. Ja, ansonsten wenn ihr Fragen habt, fragt gerne zum Rucksack. Und ich hoffe es hat euch gefallen und ich kann euch eure Kaufentscheidungen etwas erleichtern. Und ja, das wäre es von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.